So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge. Ich habe ja schon gesagt, die Community Days für den Juni, beide wurden ja eigentlich schon geteasert, geleakt, was auch immer. Viscora war das erste für den ganz normalen, der Classic Seadale ist auch schon irgendwie geteasert worden. Ich gucke mir meistens keine Teaser an, ich warte auf die offiziellen News, deswegen den Classic habe ich gerade gar nicht im Kopf, aber da wird hoffentlich auch noch ein offizieller Blog-Post dazu kommen und dann werde ich auch ein Video darüber machen, um einfach genau alles an einem Punkt zu haben. So, Community Day im Juni, Viscora ist auf jeden Fall ein niedliches Pokémon, ein cooles Pokémon, ein schleimiges Pokémon, ein wunderschönes, richtig tolles Shiny. Hat auch eine besondere Entwicklung, das kannst du ja glaube ich nur am Regenmodul. Regenmodul, heißt das Regen, Wasser, Regen, Regenmodul entwickeln, das heißt, ich gehe davon aus, dass man sowieso im Heute-Tab wieder irgendwie eine kleine Forschung hat, wo man ein paar Sachen macht, um dann Regenmodule zu kriegen, die dir der Yendik sozusagen schenkt für diesen Tag am Community Day, dass du dort deinen Viscora entwickeln kannst, wenn du ein Shiny kriegst und alles so weiter. Ansonsten ist das Ding glaube ich nicht nützlich, aber es sieht cool aus, auch wie der Schleim runtertropft. So, Trainer, es gibt aufregende Neuigkeiten, beim Sieder im Juni steht das Schnecke-Dai-Pokémon Viscora im Mittelpunkt. Sonntag, 9. Juni, 14 bis 17 Uhr. Ist das nicht sogar die Zeit, wo der Thomas da ist oder da sein wollte und gesagt hat, ja, Sonntag und so. Vielleicht hätte ich sogar die Möglichkeit also, wieder meine Stunde zu streamen. 14 bis 15 Uhr Challenge zu machen gegen Pupsi, Thomas dabei und alles im Stream. Das wäre auf jeden Fall cool und würde auf jeden Fall Spaß machen. Pokémon des Tages, wilde Viscora erscheinen vermehrt. Natürlich kann das Ding Shiny sein, das gibt es ja schon als Shiny. Exklusive Attacke hier. Entwickelt Viscar-Gott während des Events oder bis zu 5 Stunden danach, damit Viscogon die Ladeattacke Donnerschlag erlernt. Donnerschlag, Trainerkämpfe 55 Schaden, Arena- und Raidkämpfe 45 Schaden. Also für Raids denke ich sowieso, ist das nichts bei Trainerkämpfen GBL-mäßig. Weiß ich jetzt nicht, ich bin kein GBL-Zocker. Ich denke mal, dass das jetzt auch nicht so besonders ist dafür, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Pokémon und es ist ein richtig schönes Shiny. Wieder gibt es eine Spezialforschung zum Community Day. Für 1 US-Dollar könnt ihr euch also wieder dieses C-Day-Ticket holen oder an Freunde verschenken. Danke jetzt schon mal, falls mir wieder jemand es schenkt, weil der Habanero, der darf ja nichts kaufen, der ist ja Free-to-Play unterwegs. Die lohnt sich eigentlich immer für die Items, die ihr da drin kriegt. Auch wenn ihr ein Glücksei nutzt für die Levelaufstiege am Anfang, kriegt ihr in der Spezialforschung meistens auch wieder ein Glücksei zurück. Also ihr gebt eins aus, ihr kriegt eins zurück, das passt immer. Bleibt dran, damit ihr den Beginn des Ticketverkaufs für die Spezialforschung nicht verpasst. Warum? Denkt dran, dass ihr es auch verschenken könnt. Aha. Tippt hier für den Shop, ja, dass die das erklären, das ist doch, das weiß man doch. Event-Boni jetzt. Es ist ja so, die Classics haben ja nicht so viele Boni. Die normalen Sachen haben so viele Boni. Und meistens hast du auch noch einen zusätzlichen Spezialtausch. Weil aber in der Season jetzt wir sowieso zwei Spezialtrades pro Tag haben. Der Event-Boni bei den normalen Seedays aber ein zusätzlicher ist, heißt das, wir haben natürlich beim Viscora Seeday dann drei Spezialtrades. Zusätzlich natürlich doppelte Fangbonbons, dreifacher Fangsternstaub, doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons für Trainer ab Level 31. Während des Events aktivierte Lockmodule, drei Stunden aktivierter Rauch, drei Stunden besondere Schnappschüsse und Überraschung. Dann tauschen kostet 50% weniger Staub und eben dieser eine zusätzliche Spezialtausch, also drei Stück da an diesem Tag. Die Boni gelten von 14 bis 22 Uhr, also eben auch noch drei Stunden nach dem Event, das ihr in Ruhe noch tauschen könnt. Vielleicht noch ein gutes Glücks-Viscora bekommt, das noch durchentwickeln könnt. Und besonders krass ist hier eben nochmal der dreifache Fangsternstaub. Bonus-Raid-Kampf nach dem Community-Day. Kampfe, Kämpfe? Bonus-Raid-Kämpfe der Stufe 4. Hier, wisst ihr ja, da erscheinen die, da könnt ihr die besiegen für eine halbe Stunde um die Arena rum. Im Umkreis von 300 Meter oder irgendwas erscheinen dann nochmal zusätzliche Seedate-Pokémon. Aber manche machen das als Challenge, um dann eben den Seedate zu verlängern. Nein, manche machen das als Challenge, um einfach zu gucken, ob sie es schaffen, den zu besiegen mit möglichst wenig Leuten. Oder auch im Solo oder im Duo, weil die doch recht schwer sind. Also das darf man nicht unterschätzen. Mich interessieren die nicht. Mich interessiert auch hier unten das nicht mit dem Pokémon-Go-Web-Store. Die Event-Boxen interessieren mich auch nicht. Sticker gibt es wieder dazu. Dann ist der Artikel, glaube ich, beendet. Aber für euch noch wichtig, die drei Absätze. Es wird Pokestop-Showcases geben. Natürlich, wahrscheinlich mit Viscora. Wieder Feldforschungen, wo ihr also Staub, Superbälle und Viscora-Begegnungen erhaltet. Und eine befristete Forschung. Steht sogar da, eine befristete Forschung, für die ihr ein Regen-Lock-Modul erhaltet, ist von 14 bis 22 Uhr verfügbar. Also nicht mehrere, wahrscheinlich einfach nur eins. Aber eins reicht dann, um einmal durchzuentwickeln. Also wer gar keins hat, kriegt trotzdem eins geschenkt von der Yentic. Ansonsten könnt ihr ja mal das Beste und das Höchst-Shiny oder das Beste-Shiny oder was weiß ich entwickeln. Das war es jetzt auch schon von meiner Seite aus. Mal gucken, wann es hier der Classic offiziell angekündigt wird. Und eigentlich kommt ja auch noch Raid am Mittwoch, am Donnerstag, aber 15 Uhr. Weil dieses Video ist für Donnerstag 10 Uhr, damit ihr wirklich zu jedem Furz ein extra Video habt. Und abends immer noch eine Ramses Kitchen-Premiere. Und das alles mitten im Umzug. So, Peace out for Haut, euer Ramses. Ciao. Ciao.